Kleines Update in Mechabellum, was den neuen Spielmodus, den 4-Player-Brawl betrifft, tauchen wir gleich einmal ein. Und zwar werden jetzt die Spielerfarben genau auf der Map dargestellt. Wer meine ersten Games da gesehen hat, der weiß, wie planlos ich da umhergesucht habe. Jetzt ist das einfach ein bisschen einfacher zu finden. Es wird außerdem etwas korrigiert, was ja doch so ein bisschen kritisiert wurde. Oder eine bestimmte Strategie, nämlich mit dem Mobile Beacon, Overlords oder andere R-Einheiten um die Ecke herumzuführen und damit zu nerven. Und das hat man damit letztendlich angepasst, weil man hier die Ecken der Map so ein bisschen reduziert hat, wo die Einheiten sich bewegen können. Wir werden sehen, ob das dann ausreicht oder ob die Strategie dadurch völlig unbrauchbar wird. Außerdem die größte Anpassung ist hier sicherlich, dass die experimentellen Einheiten des neutralen Gegners bzw. des NPCs nach 40 Sekunden anfangen, sich selbst zu zerstören. Hier mit einem Tempo von 2% Health pro Sekunde. Und letztendlich wollen sie damit dafür sorgen, dass die Situation, in der der NPC die Runden gewinnt, dass das nicht mehr so oft auftreten kann. Es soll nach Möglichkeit immer tatsächlich ein Spieler gewinnen und das dürfte die Spieler wahrscheinlich auch etwas beschleunigen. Denn wenn natürlich immer nur der NPC gewinnt, dann geht es nie so wirklich voran. Dann haben wir als Neuerung, dass die Einheiten oder der Nachschub, der sonst immer hier in Runde 2, 5 und 8 kam, so ein bisschen verschoben wurde bzw. verändert wurde auf 2, 5, 7 und 9. Und eine weitere Anpassung ist der Erfolg, dass hier nämlich die Sticky Oil Bomb, ein sehr essentielles Upgrade in den anderen Spielmodi, tatsächlich entfernt wurde und ersetzt wurde durch Redeployment. Dadurch kann man seine Strategie hier natürlich auch im Verlauf des Spiels einfach ein bisschen mehr anpassen, ist ein bisschen flexibler. Das gilt natürlich für alle Spieler. Außerdem wurde hier die Farbe der Health Bars von den einzelnen Einheiten und von den Core Buildings noch ein bisschen angepasst. Einfach, dass es ein bisschen besser ersichtlich ist. Und es gibt noch eine weitere neue Einheit, die aber natürlich hier nur der NPC Gegner wieder hat. Und zwar ein Experimental Wraith. Wie stark dieser dann sein wird, da könnt ihr gerne mal berichten. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.